Hedwig von Anjou war ab 1384 König von Polen, sie war Tochter von Ludwig I., König von Polen, Ungarn und Kroatien aus dem Haus Anjou und seiner Gemahlin Elisabeth von Bosnien, Tochter des bosnischen Bands Stiepan II., Kotromenik und der Elisabeth von Kujawin. Durch die 1386 erfolgte Vermählung Hedwigs mit dem litauischen Großfürsten Jogaila gelandt es, eine für Polen günstige politische Allianz mit dem Großfürstentum Litauen zu schmieden. Die Eheschließung war desgleichen eine wichtige Voraussetzung für die fortschreitende Christianisierung Litauens. 1997 wurde sie heilig gesprochen. Königliche Titulatur Titulatur auf Latein Übersetzung auf Deutsch Hedwig durch Gottesgnade Königin von Polen ebenso herren und er bin der Länder von Krakau, Sandomir, Sirats, Lechica, Kujawin und Pommern. Punkt. Hedwigs offizieller Titel die Jure war, wie auch der von Anna Jagiellonika, tatsächlich Kroliatwiger, das heißt König Hedwig, da sie im eigenen Recht Herrscherin des Königreichs war und man keine weibliche Thronfolge in Polen kannte. Alle gekrönten Herrscher Polens, die im eigenen Recht Herrscher Polens waren, trugen diesen Titel ohne Rücksicht auf das Geschlecht. Die Gemahlinen der Könige, die erst durch Heirat Königin von Polen wurden, bekamen den offiziellen Titel Krüllova. Auch die Mutter Gottes trägt seit 1656 den Titel Königin von Polen als Folge des offiziellen Bekenntnisses zum Katholizismus als Staatsreligion. Durch König Johann II. Kasimir im Lemberger Eid Leben. Nach dem Tod Kasimirs des Großen, des letzten Monarchen Polens aus der Piasten-Dynastie in der königlichen Linie, wurde Polen ab 1370 von dessen Neffen, dem ungarischen König Ludwig I., von Anjou in Personalunion regiert. Dessen Nachfolge war problematisch, da er zwei Töchter aber keinen Sohn besaß. Er hatte daher im Statut von Koschis vom 17. September 1374 gegen wesentliche Konzessionen die Zusicherung der polnischen Barone erlangt, dass eine seiner Töchter ihm in Polen auf den Thron folgen würde. Kurz bevor Ludwig I., 1382 starb, ernannte er einseitig seine ältere Tochter, die zwölfjährige Maria zur Regentin, doch nach der Herrschaft Ludwig Sie, der zumeist abwesend war und sich in Polen regelmäßig durch Regenten vertreten ließ, war man in Polen mit einem immer wieder abwesenden Staatsoberhaupt nicht einverstanden. Zusätzlich erhob sich ein heftiger Widerstand des polnischen Adels gegen den 14-jährigen Verlobten Marias Sigismund von Luxemburg. In der Folge kam es fast zum Bürgerkrieg, da der Adel von Großpolen die ältere Tochter Maria unterstützte und diese drängte, die Macht zu übernehmen. Eine andere Adelsgruppe hingegen in Siratz den Piastenherzog Zimowit IV, von Masowin zum König wählte, während die Barone von Kleinpolen versuchten, einen Kompromiss zu erreichen. Erst nach längerem Streit kam es Ende 1383 auf Vermittlung von Jasko von Tetschin, dem Kastellan von Wujnik, bei einer zweiten Versammlung in Siratz zu einer Einigung, wonach nicht Maria, sondern die jüngere Tochter Hedwig, die mit Herzog Wilhelm von Österreich verlobt war, zur Herrscherin von Polen gewählt werden sollte. Dies allerdings unter der Bedingung, dass die Union mit Ungarn beendet würde, Maria sollte dafür die Königskrone von Ungarn erhalten. Trotzdem kam es noch 1384 zu blutigen Kämpfen mit den Vertretern der unterlegenen Thronkandidaten. Hedwig kam daraufhin nach Krakau und wurde dort am 15. Oktober 1384 im Alter von zehn Jahren und sieben Monaten als Jadwiger zum König von Polen gekrönt. Ihr Verlöbnis mit Herzog Wilhelm von Österreich wurde nach der Bewilligung des Papstes Bonifazios X gegen eine Entschädigung von 200.000 Florinen aufgelöst. Zwei Jahre später wurde die Königin mit dem litauischen Großfürsten Jogaila vermählt, um eine für Polen günstigere politische Allianz zu schmieden. Die Heirat mit Wilhelm hätte dagegen die Macht der damals erst aufstrebenden Habsburger nach Ostmitteleuropa ausgedehnt. Sie akzeptierten zwar die gewaltige Entschädigung, fühlten sich aber trotzdem brüskiert. Dieser Vorgang führte dazu, dass Habsburger jahrhundertelang die von Polen angestrebte Selig- und Heiligsprechung Hedwigs verhinderten. Fien argumentierte, dass zwischen beiden Kindern bereits 1378 vom Erzbischof von Gran-Anne-Ehe, so genannt, Sponsalia de Futuro geschlossen wurde, Krakau wiederum, dass laut kanonischem Recht die Vermehlung nicht rechtskräftig ist, solange sie nicht im Erwachsenenalter vollzogen wird. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Deutsche Orden auf dem Höhepunkt seiner Machtentfaltung und bedrohte mit seinem Expansionsdrang im Baltikum. Sowohl das Großfürstentum Litauen, als auch das Königreich Polen. Bereits 1308 hatte der Orden das Herzogtum Pommer-Ellen annektiert. Damit wurde Polen von den Handelswegen entlang der Ostsee abgeschnitten, was 1330 zum Krieg zwischen Polen und dem Orden führte. Die Auseinandersetzung endete 1343 mit dem Vertrag von Karlisch und polnischem Verzicht auf Pommer-Ellen und das Kulm erland, was in Polen als Demütigung unvergessen blieb. In dieser politischen Lage beschlossen Litauen und Polen eine Allianz einzugehen. Im Rahmen der Union von Krewo wurde 1386 eine Vermehlung zwischen Hedwig und dem litauischen Großfürsten Jogaila vereinbart. Um diese Verbindung zu ermöglichen, ließ sich Jogaila taufen und das heidnisch gebliebene litauische Kernland christianisieren. So wurde das litauische Großreich, in dem tatsächlich mehr christlich-orthodoxe Routenen als Litauer lebten, in Personalunion mit der polnischen Krone vereinigt. Mit der Christianisierung Litauens war dem Ordensstaat die ideologische Grundlage für seine Kreuzzüge gegen die litauischen Heiden entzogen. Mit der Union Polen-Litauen erwuchs dem deutschen Orden zudem ein mächtiger Gegner. Nach ihrem anfänglichen Widerstand gegen die Vermehlung mit dem 38-jährigen Jogaila fügte sich die 13-jährige Königin der Staatshezo. Dennoch galt diese Ehe als harmonisch, auch wenn sie über lange Zeit kinderlos blieb. Im März 1386 wurde Hedwig zusammen mit Jogaila, nunmehr Willadislav II, Jagilo genannt, wiedergekrönt. Somit teilten sich zwei rechtlich gleichgestellte und miteinander verheiratete Herrscher die Macht über Polen-Litauen. Nach der Heirat widmete sich Hedwig verstärkt der Armen- und Altenpflege, wodurch sie beim Volk sehr beliebt wurde. Bis heute werden viele Legenden zu diesem Thema erzählt. Die junge Königin war auch sehr religiös und musikalisch begabt, beherrschte mehrere Sprachen und war für ihre Zeit sehr gebildet. Schon seit früher Jugend wurde sie auf ihre herausragende Rolle vorbereitet. Sie war sehr groß, vermutlich dunkelblond und galt als besonders anmutig und vornehm. Hedwig starb am 17. Juli 1399 im Wochenbett nach der Geburt ihres ersten Kindes, das ebenfalls nicht überlebte. Jogaila blieb auf dem polnischen Thron als Alleinherrscher und wurde Stammvater aller folgenden Jagilonen-Könige. Ihm folgten seine Söhne aus einer späteren Ehe. Ihr Privatvermögen vermachte die Königin testamentarisch der bereits 1364 gegründeten Krakauer Akademie, einer der ältesten in Europa. Nachleben, Königin Hedwig ist im polnischen Nationalbewusstsein sehr präsent und bleibt bis heute, nach über 600 Jahren, unvergessen. Sie ruht im Kirchenschiff der Wawel-Kathedrale zu Krakau. Am 8. August 1986 selig gesprochen wurde sie am 8. Juni 1997 von Papst Johannes Paul II. in Krakau heilig gesprochen. Keine zeitgenössische Abbildung von Hedwig ist erhalten geblieben. Bei ihrer Umbettung 1887 wurden jedoch ihr Skelett und Schädel von drei Gerichtsmedizinern gründlich untersucht. Der anwesende Maler Jan Matejko fertigte zahlreiche Skizzen an, auf deren Grundlage er dann ein Porträt von Hedwig zeichnete. Die erneute Untersuchung der königlichen Überreste im Jahr 1949 bestätigte diese Ergebnisse. Galerie Vorfahren